halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge resident evil 0 ja nachdem wir eigentlich mal dass sie auch geschafft haben mit der uhr gehen wir jetzt wieder runter zu der anderen uhrzimmer also zu der ja zu dem projektor ja zu dem projektor ja wir haben gewährmunition gefunden möchtest du vielleicht ein gewehr wieder annehmen ich glaube nicht ich glaube wir wir sprechen erstmal hellio eben machen können wo ich die aufnahme beendet habe aber ja aber da habe ich gar nicht drüber nachgedacht eben so denn gehen wir jetzt wieder dahin eben was komisches gehört naja kann auch bei mir gewesen sein so laufen wir da wieder hin gucken uns das andere bild an weil das andere bild was wir da gerade hatten war so ein bisschen naja nicht so aussagekräftig steht da wieder wir gehen hier wieder ran und deshalb konnten wir hier rangehen und sagen einlegen weil wir haben den auch nicht eingelegt über dem bild der skizze steht etwas was über dem bild der sitze steht etwas über dem bild ja über dem bild ist das hier oder nicht der sitze im bild der sitze das sind die sitze ok jetzt haben wir ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d i f ja und was soll uns das jetzt bringen hier kommen wir rein genau hier kommen wir rein so das ist dieses bedienenpult und das haben wir hier 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c 8 9 a b c d i f ja 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 aber was soll uns das jetzt sagen ok wir haben jetzt was mit genau mitgekriegt moduskette mitnehmen ja nehmen wir mit das bild das bild entsteht durch aufeinander liegen vom mikrofilm a und b ok nummern sind auf den sitzen des konferenzraums zu sehen ok sie haben folgendes ok 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 manchmal denke ich lange nach manchmal denke ich gar nicht nach und das wird gar nichts und manchmal denke zu viel nach und ich weiß nicht ob das so gut ist was wir jetzt hier machen ob wir vielleicht eine bessere waffe mitnehmen sollten ich weiß nicht ob das so gut ist was wir jetzt hier machen ob wir vielleicht eine bessere waffe mitnehmen sollten naja wir müssen dahin dann nur das eine bild reinstecken und dann wieder zurückgehen jetzt wissen wir das ja wie das geht holi hallo wie geht's und so dieses zeichen hier auf rebecca habe ich gedacht das wäre auch schon umbrella was wir gerade aufhält vom umbrella zeichen und das zeichen von diesem sanitäts ding im prinzip ist dasselbe zeichen also was heißt dasselbe zeichen wir haben oben und unten rot und links und rechts rot das ist beim umbrella zeichen auch so bloß das ist halt so umbrella heißt ja regenschirm falls das vielleicht jemand nicht wusste und soll das hier symbol war das ja eigentlich zu einer forschungsstation ist denke ich mal so für impfstoff oder so gehe ich jetzt mal von aus für also für heilung auf jeden fall dass die dieses ich sag mal rettungskreuz umgewandelt haben ja in so einen regenschirm weil die anordnung wenn man das hier rund nimmt er rund ganz rund und dann halt die ecken so könnte das halt ja und läuft hat spitz zu ja hat schon ähnlichkeiten wenn man sich da so ja 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 ich hab mir disk verwenden ich weiß nicht was jetzt passiert no loading system wird geladen ja das klicken umbrella system 4.5 ich hab jetzt was gedrückt komplit zugriff abgeschlossen freigabe system aktiviert geben sie den passcode ein passcode o a oder ist das null ein eingabegerät in der nähe kein eingabegerät in der nähe das das ist das 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 ist das o a 0 a ich würde sagen das ist ein eine null ne und dann haben wir nein ein 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 Aktien-Kart ist das. Ja, das ist 0. Ah. Wir probieren das einfach mal. Was jetzt passiert, wenn wir jetzt... Ähm... Null. Und... Ah, ist das hier? Warte mal. Äh... So. Guck mal her, du. Blei, blei, du, du meinst ja. Äh, ja? Äh, ja? Let's go! Schreibmaschine. Ja, ich würde meine Daten speichern. Langsam, äh, merkt sich das einkaufen, ne? So, wir kommen mal her. Ich weiß nicht, ob wir mit unseren Waffen jetzt da zurechtkommen. Ups. Aber wir kommen einfach mal, was uns hier so erwartet. Unter dieser Tür hier. Kommen wir mit. Wir gucken mal, was uns hier so erwartet. Ich habe kein gutes Gefühl. Kommen wir mit. Okay. Wir haben deine Tür, wir haben hier ne Tür. Können wir hier mal rein. Wir räumen mal alles von hinten auf. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder einen großen... Ja, wo ist er denn? Oh, hier. Sind das jetzt andere Kräuter hier? Sehen sie bläulich aus. Okay, hier sind noch mehr so Heilungsdinger. Sieht aus wie eine Art Chemie... Kali... Okay. Mit... Misch... Set... Geben. Ja. Okay. Was ist das hier? Blauskraut mitnehmen? Äh... Nein. Außerdem habe ich gar keinen Platz dafür. Für Blauskraut. Chemikalie. Okay. Ins Mischset geben. Ja. Die grüne Chemikalie haben sie bereits. Ah, okay. Untersuchen... Ah, okay. Jetzt haben wir da was... Äh... Okay. Wir können das uns mitnehmen? Nehmen wir das mal mit? Können wir einmal mit? die können wir stecken oder können wir die nicht stecken das werden wir erfahren ich glaube die könnten wir nicht okay das hat uns jetzt alles schon gezeigt wir haben noch feuerzeug benzin und 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 irgendwie war das jetzt nicht so aufschlussreich was jetzt hier uns erwartet hat außer diese dieses chemie zeug da gut war das war doch ein bisschen aufschlussreich hier gehen wir mal hier rein und noch eine große tür also da da hinten haben wir noch irgendwas nicht mitgenommen oder abgelegt jetzt sind wir hier hier ist sogar noch ein raum wo wir ach so das ist der raum also den raum dann haben wir hier alles haben wir also da kommen wir da gleich rein das ist keller im erdgeschoss könnten wir kommen wir denn da noch weiter waren dann noch diese schwerter das ist die küche das war das eine schwert dann hatten wir hier das schwert wir können wir kommen jetzt nach draußen könnten auch gleich noch mal da draußen gehen einige bräuchte blieb auch noch mal ein bisschen hier beliebten im dummer die munition nicht die waffen sondern die munition das sind wir hier becker was zum speichern hier haben wir noch so eine art gemälde hier ist auch wieder so ein globus aber er scheint ziemlich kaputt zu sein ich sollte wieder mehr mehr dann darauf eingehen wenn ich etwas ein klick aber ja ok was ist denn hier los ein schachspiel die partie endet anscheinend schachmert ok ok also hier keine ahnung die 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 noch mal wieder zu hier ok und Naja, das war jetzt ja nicht so toll. Äh, ja? Das war eine grüne. Äh, ja? Verwenden, untersuchen. Verwenden, untersuchen. Und... ...nein. Ja... Aber... 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 Ah, okay! Ah! Ich hab ver-ver...verstanden. Ähm... Okay... Ja, gut! wir verwenden das ok komm mal her wir müssen dir auch noch etwas mischen ich hoffe nur dass ich das jetzt nicht auch nehme heute wieder ja aber warum hat er nicht mitgenommen hier okay nein römer kann nimm dort diese pflanze mit dankeschön so können wir das jetzt anmischen ohne pfeil hier noch kombinieren verwenden ich kann diese mischungs ding nicht geben ich habe jetzt angst wenn ich jetzt das sage ich will das hier kombinieren damit gegen ball ein einheimisches kraut gegen mittel bei vergiftung ist das jetzt ein ernst dass ich das jetzt so verwendet habe ist das jetzt dein ernst aber was ist verwenden kombinieren womit kann ich das kombinieren ich habe das dabei ja aber das ist doch schön gut aber wir müssen doch noch mehr grün noch mehr von den dingern kriegen oder nicht was ist wenn wir da jetzt nochmal wieder reingehen alle gemeinsam und da wieder was anderes aufschieben das war ja jetzt nicht so schlau was ich gemacht habe sind vielleicht draußen noch kräuter die wir benutzen könnten wir haben hier draußen noch kräuter stehen sind die auch gegen vergiftung grünes kraut stellt die gesundheit wieder her ja toll wir haben doch so braunes zeug irgendwo stehen oben was haben wir oben naja kommen wir nur runter mit naja toll ok das war ja jetzt nicht so sinnvoll was ich gerade gemacht habe aber ich sehe gerade wir sind wieder bei 25 minuten gleich dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dann tschüss tschüss Vielen Dank.